Hier, eine Frau mit ihrem Kind auf dem Arm geht in den Bus und dann sagt der Busfahrer, boah ist das ein hässlicher Vogel. Und die Frau setzt sich in den Bus, ist ganz verstört. Ein älterer Herr fragt, was haben Sie denn? Da sagt die Frau, ja der Busfahrer hat gerade mein Kind beleidigt. Und dann sagt der ältere Herr, das würde ich mir nicht gefallen lassen. Gehen Sie doch noch mal hin zu dem Busfahrer, ich halte auch so lange Ihren Affen.